In diesem Video meines Teams-Crash-Kurses möchte ich dir zeigen, wie du deinen Schülern und Schülerinnen Dateien zur Verfügung stellen kannst. Prinzipiell ist es möglich, sowohl im Kanal Allgemein als auch in jedem selbst erstellten Kanal Dateien abzulegen. Sollten deine Schüler allerdings mit Teams noch keine große Erfahrung haben, würde ich dir empfehlen, einfach alle Dateien im Kanal Allgemein zur Verfügung zu stellen, damit sich die Schüler und Schülerinnen leichter zurechtfinden. Ich bin nun also in meinem Kanal Allgemein und wechsle auf den Reiter Dateien. Im Reiter Dateien solltest du einen Ordner mit dem Namen Kursmaterialien finden. Dieser wird beim Erstellen eines Teams automatisch angelegt und dieser Ordner Kursmaterialien ist schreibgeschützt. Das bedeutet für dich, du kannst Dateien in diesen Kursmaterialien hochladen, deine Schüler und Schülerinnen können diese Dateien ansehen, können sie herunterladen, können sie allerdings nicht ändern. Wir gehen nun also in diesen Ordner Kursmaterialien. Dort kannst du nun, wie du es auch von deiner Festplatte gewohnt bist, beispielsweise neue Ordner erstellen. In meinem Fall einen Ordner zum Thema Dezimalzahlen. Dieser Ordner wurde nun schon erstellt und in diesen Ordner kann ich nun Dateien hochladen. Das geht über den Button Hochladen und hier kannst du auswählen, möchtest du einen ganzen Ordner hochladen oder möchtest du eine einzelne Datei hochladen. Du kannst auch, wie du hier siehst, Dateien einfach aus deinem Explorer-Fenster mit Drag and Drop in dieses Teams-Fenster hereinziehen und somit hochladen. Ich mache das Ganze nun aber über das Menü Hochladen, Dateien. Es öffnet sich ein Explorer-Fenster. Ich wähle die gewünschte Datei aus, klicke auf Öffnen und schon wird dieses Element nun hochgeladen. Du siehst hier nun, ich habe ein PDF hochgeladen, Lernprozess, Längen und Maßumwandlungen. Das war bei uns bei den Dezimalzahlen ebenfalls ein Thema. Mit einem Klick auf dieses PDF wird dieses PDF nun geöffnet und du kannst dir dieses PDF noch wunderbar ansehen, was dort drinnen jetzt genau vorgekommen ist. Dann kannst du hier wieder auf Schließen klicken und schon bekommst du wieder die Dateiübersicht. Nun sehen wir noch einmal in unseren Ordner Kursmaterialien, Dezimalzahlen und hier findest du dann das PDF, das du hochgeladen hast. Wenn du eine hochgeladene Datei nun herunterladen möchtest, geht das entweder über das Drei-Punkte-Menü, sobald du über die Datei fährst, hier ist der Punkt Herunterladen, oder du wählst im Menü Herunterladen und dann werden allerdings alle Dateien heruntergeladen, die in diesem Ordner sind. Du findest diese dann in einer ZIP-Datei in deinem Ordner Downloads. Über diesen Reiter Dateien hast du nun also die Möglichkeit, deinen Schülern und Schülerinnen Lernmaterialien zur Verfügung zu stellen.